Nun möchte ich ein paar Dinge zeigen, die das Arbeiten mit Filtern wesentlich erleichtern. Ich bin hier jetzt in Photoshop und habe hier jetzt meine Datei geöffnet. Und man sieht ja, ich habe in meinen Ebenen eine Gruppe mit Retusche und da sind jetzt wirklich einige Bearbeitungen schon drinnen. Wenn ich da jetzt zum Beispiel dieses Bild schärfen möchte, also ich möchte einen Filter anwenden, dann kann ich das ja jetzt nicht auf diese Gruppe oder auf eigene Ebenen machen, denn das würde ja dann immer nur auf diese eigene Ebene wirken. Und eine klassische Herangehensweise, die ich einmal herzeigen möchte, ist, dass ich jetzt diese Ebenen auf eine Ebene zusammenrechne und zwar als Kopie. Der Shortcut zum Zusammenrechnen wäre jetzt, sichtbare Ebenen auf eine reduzieren. Da würden aber alle sichtbare Ebenen, wie eben dieser Menübefehl auch sagt, auf eine Ebene zusammengeschoben werden. Wenn man da jetzt aber die Alt-Taste dazu hält oder den Shortcut-Command-Alt-Shift-E verwendet, dann bekommt man eine Kopie, weil Alt in Photoshop ja immer die Kopie ist. So, und jetzt kann ich auf dieser Ebene zum Beispiel den Scharfzeichnungsfilter selektiver Scharfzeichner anwenden. Dafür gehe ich da jetzt rein, gehe in die Scharfzeichnungsfilter und kann hier jetzt den selektiven Scharfzeichner auswählen. Ich klicke da einfach einmal drauf, so, klicke da einmal in das Auge rein, so, und habe da jetzt eben meinen Filter hier vorliegen. Beim selektiven Scharfzeichner, wenn man hochauflösende Bilder hat, wäre es auch sinnvoll, dass man die Vorschau ausschaltet, denn die Vorschau bedeutet, dass hier immer am großen Bild meine Scharfzeichnung gerechnet werden muss. Wenn ich das aber hier ausschalte, also diese Vorschau-Häkchen rausnehme, sehe ich die Vorschau quasi meiner Scharfzeichnung hier in diesem kleinen Vorschaufenster. Das geht wesentlich schneller und ich kann da jetzt natürlich auch die Regler entsprechend bearbeiten. Und wenn ich das vorher oder nachher sehen will, dann brauche ich einfach hier in dieses Fenster klicken, auf der Maus draufbleiben, zack, dann sehe ich da jetzt das vorher und wenn ich von der Maus runtergehe, sehe ich da das nachher, also draufklicken, vorher, dann hier das nachher. Und so ist das Ganze natürlich wesentlich schneller. Ich gehe da mal relativ stark nach oben, habe hier also eine sehr, sehr starke Verstärkung der hellen und der dunklen Kanten, denn etwas anderes macht ja hier dieser Stärkeregler nicht und klickt jetzt einfach einmal auf OK. Und nun sieht man, dass dieser Filter, dieser selektive Scharfzeichner natürlich angewendet wird. Und was natürlich auch klar ist, durch das, dass ich den jetzt auf dieser Ebene anwende, ist der ab genau jetzt angewendet. Ich zune da mal auf 100% ein und ich habe da jetzt natürlich diesen Effekt. Das heißt, das ist jetzt diese 100% Ansicht und diese Scharfzeichnung. Ich bin jetzt einmal rausgegangen, dass wir etwas mehr sehen. So, und jetzt ist es natürlich so, wenn ich draufkomme, das war zu stark, dann ist die normale Herangehensweise, dass ich das rückgängig mache, wieder in den Filter reingehe und den Wert ein wenig anpasse. Es gibt aber etwas sehr Geniales. Und zwar kann ich den Filter, wenn ich ihn angewendet habe, über Bearbeiten dann verplassen lassen, hier im oberen Bereich. Das heißt, hier wird der letzte Filter oder manchmal auch andere Bearbeitungen aufgelistet. Und ich kann da jetzt draufgehen, bekomme hier einen Schieberegler und kann die Deckkraft des Filters auf dieser Ebene noch zurücknehmen. Von 100% runter auf 0% oder auch natürlich auf alles, was hier dazwischen ist. Das heißt, dieser verplassen Regler oder dieser Dialog ist natürlich sehr, sehr genial, wenn man jetzt unflexibel arbeitet, unflexibel unter Anführungszeichen natürlich, und das direkt auf diese Ebene anwendet. Ich stelle jetzt einfach einmal ungefähr diesen Wert ein, tue ein bisschen ein und habe, wenn ich diese Ebene jetzt ausblende, das Vorher und das Nachher. Was man natürlich auch machen kann, wenn man das jetzt auf einer eigenen Ebene anwendet, ich mache also diesen verplassen Schritt mit Command Z rückgängig, ist, dass ich hier natürlich die Deckkraft auch zurücknehmen kann. Das heißt, hier wird die Ebenen-Deckkraft zurückgenommen und ich kann damit sehr, sehr gut steuern, wie viel Schärfe ich haben möchte. Ich nehme hier jetzt ganz, ganz wenig, bis wenn ich nach rechts fahre, wiederum den Wert, den ich zuvor gehabt habe. Weil ja natürlich der Scharfzeichenfilter auf dieser Pixel-Ebene liegt und jetzt eben über der Ebene darunter liegt. Ein großer Nachteil an dieser Technik ist aber, wenn ich jetzt darunter etwas verändere, wenn ich zum Beispiel den Look weggeben möchte. Ich gehe da mal raus, blende mir diese Ebene aus und möchte jetzt vielleicht den Look nicht dabei haben. Dann kann ich hier in dieser Gruppe den Look ausschalten. Wenn ich jetzt aber die Scharfzeichnung wieder einschalte, weil ich das zuvor zusammengerechnet habe, ist natürlich dieser Farblook da drauf. Und das heißt, Scharfzeichnen mit so einer Command-Alt-Shift-E zusammengerechneten Ebene ist immer eine Art Einbahnstraße. Also, darum lösche ich das weg und zeige das einmal her, wie das quasi schön funktionieren würde. Und zwar habe ich ja da jetzt diese Gruppe, diese Gruppe Retusche und alle meine Retusche-Ebenen sind da jetzt eingeschaltet. Und ich möchte da drüber jetzt Scharfzeichnen. Das mache ich jetzt so, dass ich da diese gesamte Gruppe oder wenn ich einzelne Ebenen habe, kann ich auch die Ebenen einzeln markieren. Aber ich nehme in diesem Fall die Gruppe und die wird mit einem Rechtsklick in ein Smart-Objekt konvertiert. Das heißt, alle Ebenen werden hier jetzt in dieser neuen Smart-Objekt-Ebene, in diesem Smart-Objekt zusammengefasst. Und jetzt kann ich natürlich da den Filter anwenden. Und ein sehr, sehr wichtiger Shortcut, den ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde, ist standardmäßig das wieder zurückzustellen, wie es früher war. Nämlich Command-F zum Anwenden des letzten Filters. Wenn ich jetzt auf Command-F klicke, das klicke ich einfach einmal drauf, dann sieht man, ich komme da jetzt rein. Ich war jetzt quasi auf der Alt-Taste drauf, das war automatisch. Dann bekomme ich nämlich direkt den Dialog. Also Alt-Command-F. Ich bekomme den letzten Filter, den ich verwendet habe, inklusive Dialog. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was man jetzt sieht, ist eben, dass dieser selektive Scharfzeichner hier direkt auf diesem Bild wieder angewendet wurde. Ich zoome da einmal ein und mit Command-Minus-2 mal wieder aus, dass wir ungefähr das gleiche Bild haben. Und ich habe hier jetzt eben diesen selektiven Scharfzeichner. Und wenn ich den jetzt verändern will, kann ich mit einem Doppelklick hier jetzt reingehen und ich kann da jetzt natürlich die Stärke von meinem selektiven Scharfzeichner wieder zurücknehmen. Auch da wiederum, eben, ich nehme da eigentlich die Vorschau, also dieses Vorschau-Häkchen weg. So passt's. Klickt einfach einmal auf OK. Habt ihr natürlich jetzt eine sehr, sehr starke Scharfzeichnung. Der Vorteil ist aber, dass ich das jetzt als Smart-Filter angewendet habe, denn ich habe hier ein Smart-Objekt. Und dieser Filter wird eben quasi nicht auf die Pixel direkt angewendet, sondern ich kann ihn jederzeit wieder zurücknehmen. Und wenn ich jetzt den Look weghaben möchte, wie ich es eben zuerst gezeigt habe, dann kann ich mit einem Doppelklick in dieses Smart-Objekt reingehen. Das wird hier jetzt geöffnet, retusche.psb. Und ich kann zum Beispiel hier diesen Look einfach ausschalten. Dann dieses Smart-Objekt wieder schließen und speichern. Und was jetzt passiert ist eben, dass der Inhalt des Smart-Objekts aktualisiert wird. Und über diese Aktualisierung wird natürlich auch der Filter, dieser selektive Scharfzeichner, wieder, ich nenne es mal, drüber aktualisiert. Das ist also sehr praktisch. Das braucht natürlich in diesem Fall einen Moment, wo da jetzt einiges läuft. Aber da sieht man, zack, der Look ist weg. Aber der Filter und die Scharfzeichnung sind nach wie vor hier. Und das ist natürlich sehr, sehr genial. Da gibt es natürlich noch eine weitere sehr schöne Einstellung, wenn man jetzt mit Filtern und Smart-Objekten arbeitet. Ich kann jetzt nämlich den Blend-Modus dieser Scharfzeichnung noch einstellen. Und zwar im Normalfall ist der Blend-Modus auf Normal eingestellt. Das wäre so, wenn ich jetzt eine zweite Ebene hätte, auf dieser zweiten Ebene eben wie zuvor den Filter angewendet habe und da oben eben auf der oberen Ebene den Blend-Modus auf Normal habe. Ich kann jetzt aber mit einem Doppelklick auf dieses kleine Icon hier in die Blend-Optionen für diesen Filter reingehen. Das braucht hier wiederum einen Moment, dass dieser auch gerechnet wird. Und dann kann ich jetzt die Blend-Modi der Filter anpassen. Und zwar im Modus Normal greift dieser Filter auf den RGB-Bereich, also auf alle drei Kanäle. Wenn ich jetzt aber für den Filter den Blend-Modus auf Luminanz stelle, dann greift der selektive Scharfzeichner nur mehr auf die Helligkeitsinformation und die Gefahr, dass ich jetzt Farbhalos bekomme, ist jetzt wesentlich geringer bzw. eigentlich nicht mehr vorhanden, weil ich ja hier nur mehr auf die Luminanz schaue, also auf den Helligkeitswert meines Bildes. Ich klicke da mal mit OK drauf. Und jetzt kann ich mit Command-Alt-Z das vorher machen und mit Command-Alt-Z das nachher. Und bei diesem Bild sieht man hier höchstwahrscheinlich kaum einen Unterschied. Aber damit man es weiß, gerade wenn man stärker schärft und stärkere, größere Farbsäume beim Schärfen bekommt, ist dieser Modus auf selektive, also dieser Modus nicht selektiv, sondern dass ich hier hinten selektiv quasi den Blend-Modus für meinen Filter anpasse, echt sehr, sehr genial. Des Weiteren möchte ich noch etwas weiteres zum Arbeiten mit Filtern herzeigen, und zwar Filter, die man oft braucht, zum Beispiel der Weichzeichnungsfilter, Gauscher Weichzeichner, oder bei den Scharfzeichnungsfiltern, hier der selektive Scharfzeichner, dass man sich dafür auch wirklich Shortcuts vergibt. Ich persönlich, wenn ich jetzt irgendetwas bearbeite und eben den Gauschen Weichzeichner brauche, ich mache da einfach einmal eine Textebene zum Beispiel, ich nenne das jetzt einfach Haut, ich mache das mit Kommand T einfach einmal ein bisschen größer, so, schiebe das einmal da her und mache daraus jetzt ein Smart-Objekt, in Smart-Objekt konvertieren, so. Dann kann ich hier beispielsweise einfach auch den Blend-Modus verändern, ich gehe da mal auf Ineinander kopieren zum Beispiel, so. Und wenn ich da jetzt sehr, sehr schnell einen Gauschen Weichzeichner anwenden möchte, dann kann ich mittels Shift-F7 den Gauschen Weichzeichner hier sofort anwenden. Man kann den natürlich einstellen, wie ich den haben will, klickt auf OK, und auch hier sieht man, bei dieser Textebene habe ich da jetzt den Gauschen Weichzeichner drauf, den ich auch wieder ausschalten kann, einschalten, oder auch mit einem Doppelklick jederzeit auch noch anpassen kann, wie ich das eben brauche. Also das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch, dass man sich Shortcuts vergibt. Wo kann man das machen? Einfach als kleiner Refresher. Man geht hier, also am Mac, unter Bearbeiten, jetzt war ich hier schon drauf, in die Tastaturbefehle, das gleiche ist auch auf Windows, zack, klickt da drauf, und jetzt kann ich bei den Menüs in den Bereich der Filter gehen. Bei den Filtern suche ich mir jetzt einfach die Filter raus, die ich öfter brauche, wie zum Beispiel hier den selektiven Scharfzeichner, und man kann sich dann da einfach den entsprechenden Shortcut eingeben. Bei mir ist das, wie gesagt, Shift F6, und bei den Weichzeichnern, die sind weiter unten, ist der Gausche Weichzeichner, bei mir Shift F7, also Umschalt, das ist die Großschreibtaste. Ja, das sind so einige der sehr, sehr sinnvollen Tricks, die ich jedem mitgeben möchte beim Arbeiten mit Filtern. Ja, das ist das, wie gesagt, Untertitelung des ZDF, 2020